Doppeltes Energiegeld bis 31.12.2022 sichern. Kleiner Trick, um die doppelte Energiepreispauschale zu erhalten. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Das Thema Energiepreispauschale lässt uns schlicht und ergreifend einfach nicht mehr los. Wir bekommen auf Rentenbescheid24.de jeden Tag sehr, sehr viele Anfragen. Wir können diese Anfragen leider schriftlich nicht mehr beantworten. Deshalb drehen wir auch immer kurze Videos zu diesem Thema. Unter anderem auch die Frage, wie es denn eigentlich ist, wenn ich als Rentner ab dem 1.12. die 300 Euro Energiepreispauschale für Rentner bekomme und ich trotzdem noch in den Genuss der anderen Energiepreispauschale, also ein doppeltes Energiegeld haben möchte oder bekommen möchte. Da ist es eigentlich relativ einfach. Stellen Sie sich vor, Sie sind Rentner. Sie kriegen ab dem 1.12. hier das entsprechende Energiegeld durch Ihren Rentenversicherungsträger ausgezahlt. Und jetzt steht die Frage, was kann ich tun, damit ich zweimal 300 Euro hier bekommen kann. Das ist relativ einfach. Sie haben Zeit bis zum 31.12.2022 eine Beschäftigung, die in den Lohnsteuerklassen 1 bis 5 erfasst ist oder einen pauschal versteuerten Minijob aufzunehmen. Das reicht eigentlich völlig aus. Und schon haben Sie Anspruch auf die Energiepreispauschale für Erwerbstätige und zwar neben der Energiepreispauschale für Rentner. Entscheidend ist nur, dass Sie eine Erwerbstätigkeit im Jahr 2022 aufnehmen. Wann genau das ist, ist völlig egal. Der letzte Tag ist der 31.12.2022. Also, Sie müssen im Grunde genommen nur die entsprechenden Nachweise vorlegen und eine solche Beschäftigung kann dann sogar nur für einen Tag vorliegen. Ich gehe aber davon aus, dass das Finanzamt, Sie müssen ja dann beim Finanzamt bei der Steuererklärung 2022, da wird dann die Auszahlung der Energiepreispauschale geprüft, Sie müssen dann beim Finanzamt bei diesen sehr kurzen Beschäftigungszeiten damit rechnen, dass die Leute vom Finanzamt genauer hinschauen und prüfen, ob tatsächlich ein Arbeitsvertrag vorliegt, ein Arbeitsverhältnis vorliegt und die Entlohnung auch tatsächlich auf Ihrem Konto erfolgt hat. Das heißt also, das Ganze muss schon irgendwie einem Fremdvergleich standhalten. Insoweit rate ich von Gefälligkeitsverhältnissen, Arbeitsverhältnissen in der Familie dringend davon ab, wenn es um eine Tätigkeit nur für eine Stunde oder vielleicht für einen Tag geht. Da kann es gut sein, dass das Finanzamt Ihr Beschäftigungsverhältnis nicht als rechtlich ernsthaftes Erwerbstätigkeitsverhältnis anerkennt und Ihnen die 300 Euro Energiepreispauschale nicht auszahlt. Das kann gut möglich sein. Also, sichern Sie sich Ihre weitere Energiepreispauschale bis zum 31.12.2022 durch die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit. Ein legaler Trick, der eigentlich gar keiner ist. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel